Hallihallo meine Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ähm, wir haben uns fertig gemacht, sonst ist heute eigentlich noch nichts passiert. Wir haben ja noch relativ früh und wir wollten jetzt runter ins Shoppingcenter mal gehen und vielleicht eine Kleinigkeit essen, ein bisschen shoppen, mal nach einer neuen Sonnenbrille für den Julian gucken. Das ist die Verpackung von meiner alten... Falls ihr nicht wisst, worum es geht, ihr müsst mein letztes Video angucken. Ich verlinke es euch am Ende und in der Infobox. Tu es jetzt einfach mal. Ja, ist okay. Es gibt natürlich in diesem Video wieder eine Verlosung für meine Abonnenten und zwar gibt es das letzte iPad Mini in diesem Dezember zu gewinnen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich sehr gerne hier oben einmal mit einem Klick machen. Ist kostenlos oder sonst gerne auch über den Link in der Infobox. Julian, was müssen sie dann machen? Einfach nur einen Kommentar schreiben, fertig. Das war's. Dann ist es eigentlich. Wenn du noch einen schreibst, dann kannst du, dann ist es dann einfach so. Okay, Leute, ihr habt's verstanden. Wir gehen jetzt los, würde ich sagen. Ganz kurze Info, bevor es hier weitergeht. Ab heute stehen wieder in 9 meiner Dezember Videos in den Infoboxen Gewinner meiner Verlosungen. Ich verlinke euch natürlich all die neuen Videos in der Infobox und natürlich auch am Ende des Videos. Schaut da unbedingt vorbei, falls ihr an den Verlosungen teilgenommen habt. Vielleicht habt ihr ja gewonnen und jetzt geht es weiter. Ach, übrigens, ich habe meine Schuhe verloren. Das ist jetzt kein Spaß. Ich bin gestern Abend mit meinen Sandalen hier angekommen. Danach habe ich das Zimmer nicht mehr verlassen. Und heute Morgen war ich auch noch nicht aus dem Zimmer raus. Und die Schuhe sind weg. Hast du schon erzählt, was das heute abging? Wir haben voll die Complications. Wir haben am ersten Tag, als wir hier Geld abgehoben haben, haben wir, glaube ich, 200 Euro abgehoben. Wo komme ich heute auf meinem Kontoauszug? Das sind einfach 600 Euro abgebucht. Dann habe ich das so gegoogelt. Das Problem ist wohl schon öfter vorgekommen. Wir klären das gerade mit unserer Bank. Ja, nur so eine Kacke immer. Und dann habe ich noch hohe Schuhe dabei. Die sind unbequem zu laufen. Und dann habe ich noch Ballerinas dabei. Ja, Bianca, Bianca, weißt du was? Das hältst du auch bei deinem Vater. Ey, Leute, das glaubt ihr nicht. Wir stehen jetzt hier an diesem Stand, wo es diese Kokosnüsse gibt. Sind extra hier hingelaufen. Haben extra genau 5 Euro Bar mitgenommen. Nicht 5 Euro, 5 Euro von der Einheit. Das sind ungefähr 1,40 Euro oder so. Weil wir jetzt so oft schon hier waren und jedes Mal diesen Betrag gezahlt haben. Ich habe jetzt bestimmt schon 5 Mal hier eine Kokosnuss für 5 geholt. Und jetzt wurde einfach aus der 5, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, wurde eine 6 gemacht da. Von gestern auf heute. Genau jetzt, wo wir nur dieses Geld dabei haben. Jetzt habe ich nur 5 dabei. Guckt euch das mal an, wie lepscht ihr da aus der 5 nur 6 gemacht habt. Und, lecker? Ja. Wie krass ist es bitte? Wir sind gerade an einem Laden vorbeigegangen. Und hier werden einfach Schuhe und Klamotten verkauft. Und auf der anderen Seite einfach Pizza verkauft. Das ist aber echt heftig. Aber? Nee, sowas wird es niemals in Deutschland geben. Guck mal, die isst du einfach die Pizza, während da neben einer sich Schuhe holt. Ich finde das mega schön. Du siehst jetzt anprobieren? Ja. Du siehst das auch schön? Ja. Okay, über den Käptchen. Voll schön. In welcher Größe probierst du es an, Bibi? In USP. Was ist P? Keine Ahnung. Das ist voll schön. Guck mal meine Beine. Das ist voll schön. Das sieht echt schön aus. Mega. Und das war ich mit meinen Füßen. Was sagst du, Bibi? Ich versuchte es umzukrempeln, aber es funktioniert nicht. Dann nimm das mit. Ich finde, die Farbe steht hier voll. Das ist echt ein sehr schönes Ding. Ja, voll schön. Was? Ich verstehe nichts. Also die einen Ravioli sind gefüllt mit Ricotta in der Tomatensauce und die anderen Ravioli sind in einer weißen Soße, aber ich muss nur übersetzen, mit was sie gefüllt sind. Okay. Das ist so cool. Wir holen die ganze Zeit immer unser Handy raus, weil die kein Wort Englisch verstehen, wir, kein Wort Portugiesisch und übersetzen alles nur mit Google Übersetzer. Und dann geben wir denen immer das Handy und dann antworten die und mancher steht dann voll die komischen Sachen, die man gar nicht versteht. Ist ja aufregend. Einmal Ravioli gefüllt mit Käse und Schinken in einer Bechermehlsoße, in so einer weißen Sahnesauce und einmal Ravioli gefüllt mit Ricotta in Tomatensauce. Ne, ne, dann nehme ich auch Ricotta. Machen wir so, alles klar. Die Bibi bestellt jetzt auf Portugiesisch und liest sich gerade die Übersetzung bei Google Übersetzer durch. Okay, jetzt geht das. Okay, der hat mal gar nichts gerallt. Ravioli Ricotta. Ja. Schade, nicht ganz so gut. Ja. Okay. Du hättest einfach nur Pasta sagen müssen. Ja, aber das steht ja Ravioli. Du hättest nur Pasta sagen müssen. Da steht ja Ravioli. Du setzt dir voll den langen Text. So, wir waren ein bisschen shoppen. Eigentlich wollten wir nur eine Sonnenbrille für den Jülern holen. Und was haben wir... Ja, was haben wir nicht bekommen? Eine Sonnenbrille. Dafür ganz viele andere schöne Sachen. Es macht einfach so Spaß hier. Das ist ein riesen Shoppingcenter. Und das Ding ist, da gibt es nicht so Kettenläden, die man halt so... aus Europa kennt. Das sind alles kleine Boutiquen, die es dann halt eben nur da gibt. Und die haben halt auch meistens von jedem Teil irgendwie nur eins da. Oder teilweise nur in einer Größe. Und das sind halt immer so besondere und schöne Sachen. Und ich habe mir nur zwei Hemden geholt. Und der Rest? Nein, du hast ja auch noch ein T-Shirt gekauft. Zwei Hemden, ein T-Shirt und der Rest ist alles von der... Ja, bla bla bla. Euch kommt schon wieder vor wie in diesem Tütenvideo. Ach komm. Das musst du unbedingt verlinken. Ich verlinke es euch in der Infobox. Und am Ende auch. Und jetzt wollte der Julan sich nochmal eine freshe Kokosnuss am Strand holen. Ich bin abhängig. Ich bin abhängig von den Teilen. Ich habe eben gegoogelt. Die sind einfach so unfassbar gesund. Jeder Reiseratgeber empfiehlt, dass du hier täglich Kokosnuss trinken sollst. Wir sind am Pool am chillen. Ich bin gerade eingeschlafen. Es ist so schön hier. Und die Hitze, dann wird man so müde. Ich bin immer so früh müde hier schon. Aber wir haben uns was zu trinken geholt und waren gerade eben schon was im Wasser. Was sagst du? Was? Was sagst du? Ich hätte gerne ein Stück aus meiner Kokosnuss. Hat dein Ernst? Wie weit ist das heute? Dritt oder Fritt? Keine Ahnung. Ich komme nicht dran. Danke. Ich muss mal einen Stroh haben. Macht mir gar nichts, trinke ich so. Kam da gerade eben so eine Gruppe Agro-Ameisen. Wollte nicht hier reinklettern. Könnt ihr knicken. Geht ja gar nicht. Sieht schon ein bisschen Endstufe aus. Wie du aus deiner Kokosnuss trinkst. Ja super, alles daneben. Was bist du eigentlich für ein Idiot? Oh, jetzt werde ich gleich für den Ameisen attackiert. Boah, das wird so kleben. Julien, geh dich mal da abduschen. Kleine Erfrischung. Willst du mich ablecken? Oh Gott. Will mich jemand da ablecken? Nee, komm lass mich in Ruhe. Wir sind das erste Mal heute hier oben. Dabei sind wir schon seit jetzt ganz drei Tagen hier im Hotel. Mach mal zu, die Dinger. Guck mal, wie geil das aussieht. Wir schließen die Bibi jetzt einfach mal ein. Aber ich will noch auf den Sonnenuntergang. Schaut das Scheiß-Ding nicht aus hier. Du bist jetzt beiseite, oder? Ja. Du hast einen Ausblick. Oha, Scheiße, Mann. Jetzt fokussiert er das irgendwie komisch. Seht ihr das? Was ist das für ein Sonnenuntergang? In echt ist es einfach noch tausendmal schöner. Oh mein Gott, es ist einfach so schön hier. Oh mein Gott, Leute. Das war gerade nicht mehr normal. Ich hoffe, hier sind wir sicher. Ey, wir haben euch in irgendeinem, was gestern oder vorgestern, haben wir schon gesagt, dass es hier mega gefährlich ist. Und voll viele Leute uns gewarnt haben. Ey, wir sind gerade hier diesen Strand nochmal ein bisschen runtergelaufen. Und da hinten ist es so ein bisschen ruhiger. Und wir dachten, hey, da chillen wir ein bisschen. Und wir wollten dann nochmal runter an den Strand, bevor die Sonne ganz untergegangen ist. Bis auf einmal ein netter Typ kam. Der war anfangs echt nett. Ja, der kam irgendwie so, so ein, keine Ahnung, der sah halt ein bisschen ärmlicher aus. So hilfebedürftig sah der aus, ja. Als ob der irgendwie obdachlos wäre vielleicht oder so. Auf jeden Fall hat er halt irgendwie was auf Spanisch oder Portugiesisch gesagt. Das haben wir erst gar nicht verstanden. Und dann meinte der plötzlich einfach Money. Ja. Jetzt zwar schon so fordernd. Sollen wir dich schon mal ins Hotel gehen? Es war schon so fordernd, aber jetzt noch nicht irgendwie... Nee, man hat so gedacht, so, ja, ihr versteht mich nicht, dann sag ich einfach das Wort Money. Money, ich will Geld, weil ich brauch Geld. Wir hatten einen Zwanziger und zwei Zehner. Ein Zwanziger sind ungefähr fünf und ein Zehner dann die Hälfte. Die gucken alle auf das. Die müssen das unheimlich machen. Nein, jetzt geh einfach... Auf jeden Fall habe ich dem dann einfach den Zwanziger gegeben. Und ich dachte so, ja, okay, nimm einfach das Geld, du brauchst das Geld. Aber er hat sich dann, als wir ihm das gegeben haben, hat er sich auch irgendwie gar nicht gefreut. Nee. Er hat das Geld einfach genommen, sofort eingesteckt. Und hat Money, 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 so von wegen noch mehr, noch mehr. Und dann habe ich voll Angst bekommen, weil ich dachte, alter... Dann wurde der, im Gegenteil, anstatt sich zu freuen, wurde der immer ernst. Ja, und dann haben wir so langsam gecheckt, okay, ich glaube, der möchte uns gerade überfallen. Kann doch nicht sein, unser Hotel ist gerade mal 50 Meter entfernt. Auf jeden Fall haben wir dann jetzt, wir labern viel zu viel. Dann haben wir dem die anderen beiden Szenen auch noch gegeben, die wir hatten. Ja, dann wollte er halt noch mehr. Und dann haben wir so gesagt, wir haben nichts. Haben sie ihm halt auch gezeigt. Dann hat er halt auch plötzlich auch Bibis Armband gezeigt. Alter, und wir so, ah, okay, ja, alles klar. Er will uns einfach gerade abziehen. Ich habe wirklich gerade gedacht, es fehlt noch so ein Meter. Ein Meter sind wir davor, dass er einfach meine Handtasche nimmt mit dem Schmuck vom Körper reißt. Er ist einfach wegrennt. Ich habe plötzlich so Angst bekommen, weil er einfach so penetranter. Er wurde immer penetranter, kam auch immer näher und kam immer so mega nah. Und dann sind wir einfach ganz schnell weggegangen. Wir sind so ganz schnell weggegangen. Aber das Ding ist, wir haben vorher gehört, wenn man so Leuten, das kommt halt hier voll oft in Brasilien vor, in manchen Gebieten, dass man halt so auf offener Straße einem was abgenommen wird. Das war ja, das war jetzt kein Überfall, aber es war ja schon beraubt jetzt gerade. Das haben wir ihm zwar noch freiwillig gegeben, aber wären keine Leute da, der hätte dir das Armband weggerissen. Also ich glaube auch, dass der so vorsichtig das alles gesagt hat, weil wirklich Leute da noch in der Umgebung waren. Aber ich glaube, wenn wir jetzt alleine gewesen wären, der hätte mir die Tasche weggenommen, der hätte uns vielleicht irgendwie keine Ahnung bedroht, was weiß ich. Ich bin einfach gerade froh, dass ich jetzt wieder hier ein bisschen unter Menschen bin. Wir sind jetzt direkt wieder am Hotel hier. So, bei Bibis Handy ist jetzt der Speicher voll, 32 Gigabyte in einer Woche gefüllt. Das kann nur die Bibi. Ich bin also auf jeden Fall froh, dass wir hier da raus sind. Komm, wir nehmen jetzt einfach, wir holen uns jetzt einfach ein Taxi und fahren. Ey, am liebsten würde ich jetzt im Hotel essen, ganz ehrlich. Gestern kamen auch schon zwei... Ja, da kamen so zwei Neunjährige und fingen an, uns zu bedrohen und wollten auch Geld und meinen Schmuck haben, aber die waren halt, die gingen mir gerade mal bis hier. Wir sind halt ganz schnell, ganz schnell weggegangen. Guck mal. Was denn? Alles klar. Okay, ich packe jetzt mein Handy ein. So, einfach nur eine Sekundenzähne, bevor unser Handy jetzt hier noch geklaut wird. Der Taxifahrer hat uns 100 Hausnummern zu früh rausgelassen und ich habe das sogar gewusst und meinte, ja, hier ist das die Hausnummer, aber ich konnte das am Haus nicht sehen. Er meinte, ja, ja, ja. Dann sind wir rausgegangen. Das haben wir ganz schnell. Wir haben jemanden gefragt und hatten auch das Handy in der Hand und das erste, was der sagt, hat uns nicht geahnt. Aber heute Handy weg, Handy weg, ihr müsst das Handy wegpacken, hier klauen alle. Toll und wir laufen hier. Der Klauen geht mir hier so auf den Sender. Hacke jetzt das Handy weg, wir machen uns gleich. So, wir sind dann doch noch im Restaurant angekommen. Es war doch nicht so weit leck, wie wir gedacht haben, aber unsere Vorspeise ist gerade angekommen. Wir essen jetzt mal ein bisschen. Wieso habe ich zwei Gabeln in der Hand? Ich habe jetzt in der Hand. Ein bisschen Stress hier. Erst falsches Essen, dann wirft er mir mein Messer runter. Dann verbrennt die sich an meinem Teller. Sieht aber sehr lecker aus. So, ihr Lieben, das war es mit diesem Video. Ich bin todesmüde und liege im Bett. Wir werden jetzt schlafen, beziehungsweise das Video muss jetzt noch fertig geschnitten werden und dann werden wir schlafen. Denkt dran, dass in neuen Videos in der Infobox jetzt die Gewinner bekannt gegeben wurden. Das heißt, wenn ihr an irgendeiner Verlosung im Dezember bei mir mitgemacht habt, schaut da unbedingt vorbei. Ich verlinke es euch ab jetzt und ab jetzt ist mein Gesicht wahrscheinlich auch nicht mehr zu sehen, weil es so viele Videos sind. Und alle Links findet ihr auch nochmal in der Infobox. Genau, checkt das auf jeden Fall aus. Sonst hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und seid auf jeden Fall morgen um 11 Uhr wieder am Start. Da gibt es schon wieder mal ein neues Video und sonst wünsche ich euch bis dahin eine wunderschöne Zeit und ich sage Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!